Peace! Ich bin die Joyce und hab einen Kanal, der heißt Joyce oder Joyce Ilk. Ilk ist mein Nachname. Versteht nur immer keiner, hört sich auch so ein bisschen komisch an. Ja, und da mach ich Blödsinn. Einfach nur Blödsinn in verschiedensten Formen und Farben. Ja, weil ich sonst nichts zu tun hab, weil ich arbeitslose Schauspielerin bin. So sieht's nämlich aus. Und bei einem Job, den diese arbeitslose Schauspielerin bei PONK macht, da hat sie Maxim Noyce kennengelernt. Und den ersten Dreh, den ich mit Max hatte, da hab ich gedacht, Mensch, boah, der Typ, der labert ja, der labert ja so viel wie ich. Wie soll denn das gut gehen, ne? Laber, laber. Wir haben uns auch oft ins Wort geredet, aber haben uns gegenseitig gut verstanden. So, und das ist ja das Wichtige, ne? Und der Maxim, der macht ja auch viel Musik, wie ich dann rausgefunden habe, hat ein neues Album. Das heißt, mach mal Lärm. Ich finde, das passt total super zu ihm. Würde auch zu mir passen, ehrlich gesagt. So, mach mal Lärm. Finde ich gut. Und da ist auch ein Song drauf, der heißt Menschen wie wir. Den hab ich irgendwann mal bei YouTube gehört und fand den ganz cool. Und auf das Video dazu hab ich Max dann auch gesagt. Max, geiles Ding. Gefällt mir gut. Und deswegen halte ich jetzt auch dieses Album in den Händen und sage, gut. Mach's gut, Max, mach's gut. Heller als ein Stern. Dein Leben muss was wert sein. Wieder schließ ich der Kreis. Mach mal Lärm.